Hey Leute, mein Name ist EpicStun und mit dabei ist heute die Kata. Hallo! Und wir befinden uns wieder in unserem richtig, richtig süßen Häuschen. Und der Dodo ist auch da. Hallo Dodo da. Hallo Dodo! Der ist wirklich so, so, so süß. Und letztes Mal, Kata, wurdest du ja richtig klein gemacht und entführt. Das war wirklich richtig, richtig gruselig. Oh, stimmt. Ich war richtig, richtig klein sogar. Ja, du warst richtig winzig. Das war wirklich gar nicht schön. Wirklich nicht. Das stimmt. Ach Mann. Aber zum Glück habe ich dich wieder gefunden. Oh, ja, das stimmt. Das ist sehr gut. Und Kata, ich habe wirklich richtig, richtig viel Hunger. Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen Burger essen, okay? Oh, das ist eine gute Idee. Okay, okay. Komm mit, Dodo. Der ist so süß. Guck mal, wie er hinterherläuft. Und ich habe wirklich richtig, richtig großen Hunger, Kata. Ach Mann. Okay, warte mal. Da hole ich mal einen Burger für mich raus. Und noch einen Burger für mich. Und ich hole mir noch was zu trinken raus. Sehr gut. Komm mal, ich habe auch zwei Burger und ich habe auch schon was zu trinken. Richtig, richtig gut. Okay, dann würde ich sagen, Kata, wir setzen uns hier hin. Und zack. Und zack, ich komme neben dich. Ja. Guten Appetit, Kata. Guten Appetit. Und njam, 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 njam. Oh, die Burger sind wirklich so lecker. Und jetzt noch was trinken. Und zack. Sehr gut. Oh, so nice. Ja. Und Kata, was wollen wir heute denn machen? Wir könnten vielleicht wieder an den Strand gehen. Oh, stimmt. Das ist eine richtig gute Idee. Aber warte mal. Ich habe mein Badezeug gar nicht mit dabei. Wir gehen am besten noch mal nach Hause. Der Dodo bekommt auch was zu essen. Dann können wir die Badesachen einpacken. Und dann können wir zum Strand laufen. Ja. Das ist eine sehr gute Idee. Okay. Zack, 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 zack. Ab nach Hause. Okay, Kata. Warte mal. Da fütter ich den Dodo mit ein bisschen Brot. So, zack und zack. Guck mal hier, Dodo. Ein bisschen Essen für dich. Guten Appetit. Guten Appetit, Dodo. Das ist so süß. Richtig, richtig gut. Okay, Kata. Da würde ich sagen, wir packen uns die Badesachen ein. Und dann gehen wir zum Strand. Okay, okay. Ich gehe steil hoch und hole die Sachen. Ja. Und ich hole ein paar Melönchen mit zum Strand. So, zack, zack, zack. Zwei für mich. Und zwei für Kata. Sehr gut. Okay, dann können wir jetzt los. Ja. Hast du alles mit dabei? Ja. Sehr gut. Okay, zack, 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 zack. Komm mit, Dodo. Ab zum Strand. Und es macht wirklich richtig, richtig viel Spaß beim Strand. Vor allem, man kann da so schön planschen. Das ist super. Ja, das stimmt. Oh, guck mal, Kata. Hier ist schon der Strand. Und dann würde ich sagen, Kata, wir gehen uns umziehen. Ja. Okay, bis gleich. Bis gleich, Kata. So, ich bin umgezogen. Du bist jetzt an der Reihe. Oh, sehr gut. So, zack, zack, zack. Bis gleich. Und ich bin auch umgezogen. Hallo, Kata. Hi. Okay, perfekt. Dann können wir jetzt schwimmen gehen. Ab ins Wasser, planschi, planschi machen. Und zack. Oh, ist sehr gut. Das ist wirklich richtig, richtig cool. Und Kata, ich habe eine Idee. Was denn? Wir könnten vielleicht bis ganz nach da unten hin tauchen. Denkst du, so lange können wir tauchen? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Du musst jetzt ganz tief Luft holen und dann tauchen wir nach unten so weit, wie wir können. Okay? Okay, okay. Bist du bereit? Ja. Auf die Plätze. Fertig. Und los. Los. Zack, zack, zack. Ab nach unten. Oh Gott, du Gott. Das ist ja wirklich richtig tief hier. Ich sehe noch nicht mal den Boden. Oh, oh. Ich glaube, ich muss wieder hoch. Oh, ich muss auch nach oben. Schnell. Zack, 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 zack. Oh, gut, oh, gut. Und zack. Oh, das war ja wirklich richtig, richtig cool. Das stimmt. Das war nice. Oh, Kata, ich habe eine Idee. Was denn? Wir könnten einen Wettschwimmen machen. Oh, das ist nice. Okay, okay. Warte mal. Wir können ja bis zum Boot schwimmen und wieder zurück und dann schauen wir, wer der Erste ist. Okay? Ja, das ist eine gute Idee. Okay, warte mal. Wir starten ganz genau. Hm, hier okay. Okay. Bist du bereit, Kata? Ja. Auf die Plätze. Fertig. Und los. Zack, zack, zack. Schnell. Und ich bin schon gleich beim Boot, Kata. Oh, oh. Da bist du direkt neben mir. Und ich bin beim Boot. Und schnell zurück. Du bist hier direkt hinter mir, Kata. Oh, oh. Nein, 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 nein. Ich gewinne. Oh, danke schön. Nein. Und ich habe gewonnen. Danke für deine Hilfe. Ach, Mann. Ich dachte. Ach, Mann. Ja, sehr cool. Das war wirklich so, so, so viel Spaß. Okay, Kata. Dann machen wir ein bisschen Pause hier in den Liegestühlen. Und zack. Wenn du Lust hast, können wir auch mal aufs Boot gehen und uns das anschauen. Oh, das ist eine gute Idee. Das Boot sieht hier wirklich richtig cool aus. Oh, guck mal, Kata. Hier kann man ein bisschen tanzen. Zack, 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 zack. Ja. Und schau dir das hier mal an. Hier kann man auch reingehen. Und hier ist, glaube ich, eine Küche. Das ist ja so cool. Oh, stimmt. Und guck mal, hier ist ein Fernseher. Hier kann man sich hinsetzen. Das ist voll nice. Oh, das stimmt. Das ist wirklich richtig, richtig nice. Oh, hast du vielleicht zufällig was zum Essen dabei? Ich habe irgendwie voll Hunger. Ich habe zwei Melönchen mit dabei. Bitte schön. Dankeschön. Oh, sehr gut. Jetzt können wir die Melönchen essen. Und zack. Und guten Appetit, Kata. Guten Appetit. Njam, 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 njam. Oh, die Melönchen sind wirklich so lecker. Und zack. Oh, ist sehr gut. Okay, Kata. Dann würde ich sagen, wir ziehen uns wieder um und gehen wieder nach Hause. Das wäre wirklich so cool hier am Strand. Wir sind getaucht und haben einen Wettschwimmen gemacht. Das ist wirklich richtig, richtig cool. Das stimmt. Okay, okay, los geht's. Ich gehe mich zuerst umziehen, Kata. Und zack, bis gleich. Bis gleich. Hallo, Kata. Ich bin wieder umgezogen. Hallo. Oh, schick. Oh, danke schön. Okay, okay. Dann ziehe ich mich auch jetzt schnell um. Ja. Und zack, bin umgezogen. Sehr gut. Okay, okay. Dann würde ich sagen, Kata. Wir gehen wieder nach Hause. So, zack, zack, zack. Und wir sind wieder zu Hause. Und bitte schön. Dankeschön. Herein, Dodo. Und zack. Sehr gut. Und Moment mal, Kata. Ich habe tatsächlich noch ein bisschen Hunger. Ich habe auch noch Hunger. Ich esse jetzt ein paar Kartöffelchen. Oh, das ist eine gute Idee. Okay, ich esse auch ein paar Kartöffelchen. So, ich nehme mir vielleicht, hm, vier Stück raus. Das ist, glaube ich, sehr gut. Und ich setze mich hier hin. Guten Appetit, Kata. Guten Appetit. Oh, nyam, 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 nyam. Moment mal. Oh, die Kartoffeln schmecken ja ganz und gar nicht gut. Was ist denn hier los, Kata? Mir ist so richtig schlecht und richtig schwindelig. Oh, warte. Ich lege mich mal ein bisschen hin. Oh, mir geht es gerade ganz und gar nicht gut, Kata. Oh nein. Vielleicht hast du irgendwie verdorbene Kartoffeln gegessen oder so. Wir müssen unbedingt zum Arzt. Oh, stimmt, Kata. Oh, mir ist so richtig schwindelig und richtig, richtig schlecht. Oh, mir geht es ganz und gar nicht gut. Oh, oh. Oh, dann würde ich sagen, wir gehen ins Krankenhaus. Komm mit, Dodo. Der Epic muss ins Krankenhaus. Oh, oh. Kata, mir ist richtig schwindelig. Hier wackelt alles. Oh, mir geht es ganz und gar nicht gut. Warte mal. Ich setze mich mal ein bisschen hin. Oh, oh. Das war ganz und gar nicht gut. Ich glaube, ich habe verdorbene Kartoffeln gegessen. Warte mal. Hier, trink mal ein bisschen Wasser. Oh, danke dir. Und tag, 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 tag. Ein bisschen Wasser. Dankeschön, Kata. Kein Problem. Wir müssen jetzt ganz schnell zum Arzt, dass der dich behandeln kann. Oh, ja. Das ist eine sehr gute Idee. Okay. Zack, 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 zack. Ab zum Krankenhaus. Aber warte mal, Kata. Wo ist denn das Krankenhaus? Warte, folgen. Ich weiß, wo es ist, ja? Oh, ja. Sehr gut. Ich bin direkt hinter dir, Kata. Oh, mir ist wirklich so schwindelig. Hier wackelt wirklich alles. Und mir ist auch wirklich richtig schlecht, tatsächlich. Oh, nein. Du Armer. Ach, Mann. Okay. Wir sind gleich da. Oh, hier ist ja schon das Krankenhaus. Oh, sehr gut. Du musst jetzt dem Arzt erzählen, naja, dass es dir nicht gut geht. Oh, okay. Hallo, Arzt. Mir ist richtig schwindelig und auch richtig, richtig schlecht. Ich glaube, ich habe eine verdorbene Kartoffel gegessen. Hallo, Kata und Epic. Da hinten ist noch ein Bett frei. Okay. Ich glaube, du sollst dich da reinlegen. Oh, danke schön. Das ist ja sehr gut. So, zack, 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 zack. Okay. Okay, warte mal. Dann lege ich mich hier ins Bettchen rein. Hier, bitte, Kata. Gib das bitte, Epic. Okay, okay. Warte mal. Hier sind Tabletten für dich. Die musst du jetzt nehmen, okay? Oh, ja. Das ist sehr gut. Und bitte schön für dich. Oh, danke schön, Kata. Okay, warte mal. Dann nehme ich die Tabletten so. Zack, 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 zack. Mir geht es schon tatsächlich ein bisschen besser. Oh, Epic. Du musst auch eine Nacht im Krankenhaus bleiben, sagt der Arzt. Oh, okay. Das ist kein Problem. Okay, okay. Warte mal. Dann rufst du dich hier gut aus. Ich gehe jetzt mit dem Dodo nach Hause und wir kommen wieder morgen, ja? Tschüss. Gute Besserung. Dankeschön. Tschüss, Kata. Bis morgen. Hallo, Arzt. Bist du da? Oh, hallo. Ich habe richtig, richtig viel Durst und auch richtig viel Hunger. Hast du vielleicht was zu essen und ein bisschen was zu trinken für mich? Ja. Oh, sehr gut. Oh, richtig cool. Ein bisschen Brot und ein bisschen was zu trinken. Oh, danke dir. Das ist ja richtig cool. Dann kann ich ein bisschen Brot essen, so. Zack, 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 zack. Und noch ein bisschen Wässerchen trinken. Oh, sehr cool. Und bitteschön. Sehr, sehr, sehr nice. Okay, dann würde ich sagen, ich lege mich jetzt ins Bettchen und schlafe bis morgen. Gute Nacht, Arzt. Bis morgen. Und zack, ab ins Bettchen. Gute Nacht. Hallo. Komm mit, Dodo. Und zack, wir gehen jetzt den Epic abholen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Kata. Oh, hallo. Wie geht's dir? Oh, mir geht's wieder richtig, richtig gut. Das war wirklich richtig cool hier, Kata. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder nach Hause. Okay, super. Dankeschön, Herr Arzt. Dankeschön. Oh, sehr cool. So, zack, 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 zack. Und ab nach Hause. Das war wirklich ganz und gar nicht schön, Kata, dass ich die verdorbene Kartoffel gegessen habe. Das war wirklich echt nicht schön. Das kann ich mir echt vorstellen, du Arme. Aber jetzt geht's dir wieder besser und das ist die Hauptsache. Das stimmt. Das ist richtig cool. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kata vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020